Wie Sie wissen, ist meine Frau verschwunden. Ein Film von David Fincher. Dürfen wir uns hier umsehen? Das waren definitiv Blutspuren in der Küche. Ich hab sie nie angehört. Sie war schwanger. Kennst du das Sprichwort, die einfachste Antwort ist die richtige Antwort? Ja, nur glaub ich nicht, dass es stimmt. Haben Sie Ihre Frau umgebracht? Diese Geschichte. Ich bin kein Mörder. Hat viele Gesichter, doch nur eine Wahrheit. Die Free-TV-Premiere zur Oscarnacht. Gone Girl. Sonntag, 26. Februar, 20.15 Uhr. ProSieben.